Marie Grauners Designerbrille beschlug, als sie atemlos die Ferienwohnung betrat und sich das Tuch vom Kopf riss. »Mädels!« rief sie. Christine und Alexandra, die in der Küche gesessen und bei einem Glas Wein und Geplauder auf die Aioli gewartet hatten, kamen auf dem Flur hinaus. Petra, die Vierte im Bunde, blieb, wo sie war. Sie saß im Rollstuhl, und sie mitsamt ihrem Gefährt durch die Tür zu buxieren, war ein bisschen mühsam. Aber sie konnte von ihrem Platz am Küchentisch auch so sehen, dass Marie blass war. »Was ist?« fragte Chris. »Du siehst aus, als wäre dir ein Gespenst begegnet.« Marie schob sich wortlos an ihr vorbei in die kleine, im Friesenstil eingerichtete Küche. Sie brauchte jetzt erst mal was zu trinken. Darum nahm sie sich ihr bereits benutztes Glas vom Tisch und stürzte den Inhalt, einen 15 Euro teuren Barolo, den sie aus einem Bioladen aus Kiel mitgebracht hatten, in einem Zug hinunter. »Marie?« Petra krampfte die Hände um die Räder ihres Rollstuhls. »Was ist los?« »Wir Idioten haben uns ausgerechnet auf dem Hof eingemietet, der der Frau des einzigen Polizisten auf der Insel gehört.« Marie nahm die Weinflasche, füllte das Glas auf, aber diesmal trank sie nicht. Stattdessen lachte sie. Ihre Stimme klang schrill. Obwohl Rieke nicht allzu viel zu erzählen hatte, machte sie eine dramatisch klingende Geschichte daraus. »Gestern Abend hat er schon so da gesessen.« »Hofmann, meine ich. Hab mich erst gewundert, weil er seine Maulsachen nicht dabei hatte, aber dann hab ich mir da nix weit dabei gedacht. Schließlich war es den ganzen Tag schon diesig gewesen und gegen Abend ist dann auch noch Nebel aufgezogen. Bei Nebel ist ja mal nicht gut maulen, ne?« »Stimmt«, bestätigte Jan. »Der Nebel war dann irgendwann so dicht, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Hofmann, meine ich. Hab gedacht, er ist nach Hause gegangen, aber als der Nebel heute Morgen weg war, da saßt er immer noch da.« Sie machte eine kleine Pause. »Hofmann.« »Hofmann«, wiederholte Jan. Sie schenkte ihm einen bösen Blick, weil sie völlig zu Recht annahm, dass er sich über sie lustig machte. »Hab Tamme hingeschickt, dass er nachguckt. Nun, dann war er eben tot.« Übergangslos grinste sie. »Tamme hat sich aufgeführt wie Kojak persönlich. Dann hat er dich eingerufen. Ende der Geschichte.« Sie warf einen Blick in Richtung Fenster, aber von ihrem Platz aus konnte sie den Deich nicht sehen. »Wie geht es jetzt weiter?« Jan streckte sich, weil ihm sein Rücken in den weichen Polstern langsam wehtat. »Ich warte auf Karl. Er muss seinen Totenschein ausstellen.« »Woran, denkst du, ist er gestorben?« fragte Rieke. »Keine Ahnung. Sieht für mich nach Herzinfarkt aus, aber ich bin kein Mediziner.« Rieke katzte sich am Kinn. Das Glöckchen an ihren Stülpen bimmelte leise. »Gut möglich. Er hat in letzter Zeit öfter mal über sein Herz geklagt.« Sie sah betroffen aus, und Jan dachte daran, dass sie und der Maler sich recht gut gekannt hatten. Doch dann hob ein Grinsen ihre Mundwinkel zu einer spöttischen Grimasse. »Das würde dem guten Tamme vermutlich gar nicht gefallen.« Jan lachte, als er daran dachte, wie verzweifelt der hühnenhafte Nordfriese sich einen richtigen Mord auf dieser beschaulichen Insel wünschte. »Stimmt«, sagte er erneut. »Stimmt«, sagte er erneut.